Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Dell PC haben und nicht sicher sind, wie Sie das Problem identifizieren oder diagnostizieren können, machen Sie sich keine Sorgen. Befolgen Sie einfach diese Empfehlungen, um einen produktiven Fehlerbehebungsprozess sicherzustellen. Achten Sie darauf, wann das Problem auftritt. Probleme, die auftreten, bevor das System in Windows hochfährt, sind in der Regel Hardware bezogen, wären Probleme, die auftreten, wenn eine bestimmte App ausgeführt wird oder nachdem ein Programm installiert oder aktualisiert wurde, in der Regel mit der Software zusammenhängen. Nachdem Sie einige der Symptome identifiziert und die Szenarien bestimmt haben, in denen das Problem auftritt, besuchen Sie unsere Dell Support Knowledge Base Bibliothek und nur mit wenigen Schlüsselwörtern können Sie ganz einfach Anleitungen zur Fehlerbehebung und Lösungen finden, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Klicken Sie auf den angezeigten Link, um direkt zur Support Website zu gelangen, wo Sie Ihre Suche starten können. Dell-Systeme verfügen über einen integrierten Hardware-Test namens SupportAssist Onboard Diagnostics. Wenn SupportAssist ein Problem erkennt, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit einem Validierungscode und einer kurzen Beschreibung. Wenn für Ihr System eine aktive Gewährleistung besteht, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Dell Support. Wenn Ihr Computer außer Gewährleistung ist, zeigen die fehlere Informationen auf dem Bildschirm an, welche Komponente das Problem verursacht, damit Sie wissen, welche ersetzt werden muss. Um mehr über SupportAssist und seine Verwendung zu erfahren, klicken Sie auf den angezeigten Link, um sich unser Videotutorial auf diesem Kanal anzusehen. Wenn Sie externe Peripheriegeräte verwenden, einschließlich Dockingstationen und externen Festplatten, isolieren Sie jedes Gerät und testen Sie es. Trinnen Sie sie alle, schließen Sie sie dann einzeln an und testen Sie das System für jedes Einzelnen. Wenn das Problem nach einem separaten Test auftritt, besteht eine gute Chance, dass das Gerät die Ursache ist. Wenn das Problem anscheinend nicht mit einer Hardwarekomponente zusammenhängt, könnte es sich um ein Softwareproblem handeln. Die Fehlerbehebung bei Softwareproblemen hängt von der Art des Problems ab und es gibt viele verschiedene Tools oder Methoden. Hier sind einige der Gebräuchlichsten und der Support-Video-Links werden für jeden in der Videobeschreibung bereitgestellt. Durch einen sauberen Neustart werden alle im Betriebssystem ausgeführten Apps deaktiviert und nacheinander wieder aktiviert, um festzustellen, welche App die Ursache sein könnte. Neben der Durchführung von Hardware-Tests ist SupportAssist auch ein Tool, welches Sie innerhalb von Windows verwenden können, das dabei hilft, mögliche Systemfehlfunktionen durch einen Systemscan zu erkennen und zu beheben. Wenn Sie bemerkt haben, dass das Problem nur dann auftritt, wenn Sie ein bestimmtes Programm ausführen, ist höchstwahrscheinlich die Software die Ursache. Eine Neuinstallation oder vollständige Entfernung der App kann helfen, das Problem zu beheben. Wenn Sie Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand halten, verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Softwarekompatibilitätsproblemen. Achten Sie also darauf, regelmäßig nach Windows-Updates zu suchen. Klicken Sie auf den angezeigten Link, um sich unser Video anzusehen, in dem erklärt wird, wie Sie Ihren Computer schneller hochfahren können, welches auch Schritte zum Ausführen eines sauberen Neustarts enthält. Selbst nachdem Sie all diese Schritte durchgeführt haben, erhalten Sie möglicherweise keine sofortige Lösung, da ein Hardware-Austausch oder das Kontaktieren eines technischen Experten von Dell erforderlich sein wird. Sie haben ein viel besseres Verständnis dafür, was passiert und können detaillierte Informationen übermitteln, wenn Sie sich an den Dell-Support wenden, was den Prozess beschleunigt. Verwenden Sie einen unserer Support-Kanäle, um die von Ihnen identifizierten Symptome, Testergebnisse, Fehler oder Validierungscodes aus der Diagnose und Ihrer bisherigen Versuche bereitzustellen. Dies sind wichtige Details, um eine schnelle und genaue Lösung zu erreichen. Wenn Sie also Hilfe benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich einfach über soziale Medien an uns. Es gibt auch das Dell Community Forum, wo Sie an einem Chat teilnehmen oder einen neuen starten können. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um über neue Video-Tutorials und vieles mehr informiert zu werden. Vielen Dank, dass Sie sich diese Videoproduktion des technischen Supports von Dell angesehen haben.